So geht das hier nicht weiter. Mehr Mandate, komplexere Fälle und ständig kommen neue Themen. Alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich muss dringend eine Partnerin oder einen Partner in meine Kanzlei holen. Jemand, der mich wirklich entlasten kann und gemeinsam mit mir die Kanzlei weiterbringt. Keine Ahnung, wie ich diese Person finden soll. Ich bräuchte quasi eine Partnerbörse. Nur eben für Kanzleipartnerschaften. Mal sehen, was sich online findet. Oh, eine Kanzleibörse. Von DATEV. Da kann ich ja sogar direkt nach Beteiligungen filtern. Perfekt. Genau, was ich brauche. Verstehung. Untertitelung. BR 2017 Untertitelung des ZDF, 2020